moin community ich grüße euch herrlich ne heute kommt kein video warum erstens wollte ich über ninis laptop aufnehmen das wollte aber irgendwie nicht so wie ich wollte la problem denn der rechner hat nicht mehr funktioniert ich hatte da ein gigantisches problem und zwar einer der beiden grafikkarten hatte sich anscheinend aus der halterung gelöst ich weiß noch nicht wie und deswegen hatte sie grafikfehler produziert unter anderem bekomme ich kein bild und nix und jetzt bekomme ich alles ich kann ganz normal runter und hochfahren und morgen werde ich dann neue aufnahmen machen heute habe ich dazu definitiv keine lust mehr ich habe mich zu viel geärgert hier liegen noch überall wie man sehen kann moment die ganzen bauteile vom rechner rum die schrauben dazu ich habe das ding so dermaßen auseinandergenommen sogar oben die klappe von der grafikkarte also von der grafikkarten abdeckung habe ich demontiert damit ich ordentlich an die grafikkarten dran kam jetzt ist alles gut jetzt scheint alles zu funktionieren und endlich fehlerfrei eine frage habe ich dennoch habt ihr eine idee wie ich diese ganzen kabel irgendwie verschönert wegkriege wenn ja schreibt in die kommentare bis dahin vielen dank fürs zuschauen und schieße kopf gemacht gut